Und hier gibt es mal 15 Freispiele. Mal gucken, ob wir ein paar Goldbahnen bekommen. Und hier gibt es noch ein paar Goldbahnen, aber es gibt noch ein paar Goldbahnen. Convertis Auro Das war ja nichts über die auch schön Das darfst du ruhig noch mal bringen und letzte vollspiel sind wir durch 150 damit können wir leben Und hier ist ein Lundchen, ein Torero Torero! 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 Sehr schön Torero! Torero! Sauber! Schöne Ding! Folgendirle packt er die 50 Sekunden rein Na, hebt er noch? Ne, macht er nicht. Schade. Oh, trotzdem, nett. Nehmen wir natürlich die Kohlen. Schön, schön. Und hier gibt es noch Freispiele. Captain Stack. Sauber. Ha, sehr schön. Klasse. Das war ja schon mal ganz nett. Das war ja schon mal. Das waren sie schon wieder. Egal, natürlich. Schauen wir mal hier rein. Ob es ein bisschen Geld gibt. Oh, nun kommt er. Lumpen. Besser ist. Das war ja schon mal hier. Komplettes Auto. Das haben wir schon besser gesehen. Mann. So, wollen wir mal eine Runde wagen? 200 Euro eintauschen? Alter. Außer, jetzt war es vernünftig. Freispiele. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir uns jetzt 200 Euro wieder kriegen. Oh, na so wird das nischt. Das war ja schon mal überraschen. Dann muss man sehen, wie wir kommt. Du! Ei 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 Keine Lampe! Alter, was für ein Minus ist Chef! Oh, gibt's da ja nicht! Mann!